Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Episode des Techytable. Heute reden wir über das Thema Stalkerware. Nach oben ist alles offen bis hin zum Live-Bildschirm des Telefons. Ist das denn wie eine legale Software? Ist das illegal? Wie verhält sich das? Grundsätzlich sind diese Programme in einer rechtlichen Grauzone. Da gibt es nicht nur ein Produkt, das man kaufen kann, es gibt auch einen Online-Support. Also Support muss man neidlos anerkennen, können sie. Wir haben hier eine riesen Verantwortung.